Was sehen meine Augen da? Ein neues Ausrüstungsteil hebt die Gegner in die Luft und hält sie für eine kurze Zeit dort. Das holen wir uns mal. Das schalte ich mal direkt frei. Das sehe ich jetzt erst. Bei mir wurde gerade angezeigt, hey, du hast ein neues Ausrüstungsteil. Und damit willkommen bei Spider-Man. Willkommen zurück beim DLC. So heißt, nächste Mission steht vor der Tür. Ich habe die Helligkeit erhöht vom Spiel und alles und hoffe, jetzt ist es noch mal ein Stückchen heller. Das sieht manchmal so dunkel auf YouTube aus. Noch eine Autobombe. Welche Familie war es diesmal? Wie der Hammerhead? Vermutlich. Könnten noch mehr da sein. Hof lieber das Bombenkommando. Bomben unter Sachen? Zeit für eine kleine Lösung. Bomben unter Sachen? Oh. Ich darf die Bombe vor die Zeit abläufen. Okay. Oh, was muss ich jetzt machen? Das ist neu, oder? Ich habe keine Ahnung. Das kann ich noch gar nicht. Okay, Kumpel. Finde die restlichen Sprengarten. Da, 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 da. Spider-Drohne auf dem Weg. Bom. Die ist deaktiviert. Ich muss die anderen finden. Spider-Drohne. Immer unterwegs. Auf der Suche nach. Bom. Unter dem Feuerwehrauto sehen wir nichts. Die Bombenzünder als hellblinkende Lichter. Als hellblinkende Lichter? Ah, Leute, ich habe da ja ein Ding, ne? Oder bin ich jetzt blöde? Moment. Ist ein Bombenzünder in der Nähe? Da gehört der Spider-Bot seine Frequenz. Ah, jetzt. Ah. Ich habe es verstanden. Ich habe es kapiert. Da ist die Bombe. Ich komme da nicht rum. Ich muss da rein. Blinkenden Lichtern in der Nähe von der Ausschauheit. Do it. Ah, Mann. Geht doch. Ich glaube, ich muss nach dem, äh, links ist ein Radar. Und das Radar habe ich einfach nicht gescheckt, dass es da ist, ne? Ich habe das Radar einfach komplett ignoriert. Ich weiß nicht, warum. Ja, wie bin ich blind? Ich war nicht da. Unter der Mülltonne. Easy. Spider-Bot rettet wieder die Menschheit. Also, das ist cool, dass am DLC auch so neue Aufgaben dazukommen. Gegen die Verbrecherbekämpfung. Wie jetzt einfach mal mit so einer Drohne Bomben aufspüren. Die geben sich echt Mühe. Also, auch für so ein DLC. Der DLC ist ja immer so manchmal so, aha. Aber ich muss sagen, das DLC spricht mich. Die machen das super. Ich bin doch nicht Batman. Batman hat sein, äh, Back-Symbol. Nein. Also, das finde ich echt cool. Wie gesagt, dass sie bei einem DLC sich auch so... Man merkt, die geben sich Mühe. Vor allem auch bei Spider-Band und so. Das kommt Marvel-gerecht, das Spiel, ne? Oder unten ist was. Ist das sowas, was man kennt? Oder wieder auch was Neues? Verfolgungsjagd mit Hammerheads Leuten. Ah, jetzt ist es immer mit Hammerheads Leuten. Polizei-Bestechung ist eine Straftat. Ähm. Hallo. Was ist los? Zahlt euch Hammerheads keine Fahrstunden? So, den haben wir. Nächsten, bitte. Komm mal raus hier, bitte. Dankeschön. So, den nächsten hängen wir auch noch. So, und Auto. Ander, her, halt. Nein. Oh, oh. Fuck. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, dass das gut zu machen. Das ist aber auch neu mit dem Auto, dass er das so gehalten hat. Immer neue Sachen, Leute. Ich bin begeistert. Bin immer begeistert, ne? Mich kann man nicht begeistern. Bin kein guter Kritiker. Na, 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 na. Da sind wir auch schon. Spider-Man. Hier drüben. Wo? Ich habe das nicht gesehen, Brudi. Hallo. Achtung, alle Einheiten. Wir haben Meldungen über eine Bombe. Wir brauchen Einheiten noch auf Hause. Eine Bombe. Hellzeit. Detective Mackie, nehme ich an. Vielen Dank fürs Kommen. Ey, das sieht cool aus. Ich möchte mit dir über Black Cat reden. Ich verweigere die Aussage. Nicht die neue Katze. Die alte. Vor 20 Jahren. Ich habe an dem Fall gearbeitet. Black Cat ist eine Nachahmerin? Hm. Was ist mit dem Original passiert? Er starb im Gefängnis. Es war ein R? Aber wir haben nie alle gestohlenen Gemälde gefunden. Ich habe eine neue Spur, aber die Polizei will keine Ressourcen an einen alten Fall verschwenden. Ressourcen verschwenden ist meine Spezialität. Super. Begib dich dorthin. Ich erzähle dir alles unterwegs. Okay. Also ist Black Cat quasi ein Nachahmerin? Nachahmerin? Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Ich gehe bald in den Ruhestand und dies ist mein größter und gelöster Fall. Also wollte ich ein letztes Mal durch die Akten gehen. Die alte Katze, Stahl am Kunstwerke. Doch kurz bevor er geschnappt wurde, überfühle ein ein Hochmelder. Aber die erste Black Cat war dann ein R, also? Das klingt seltsam. Eigentlich nicht. Er starrt das darin enthaltene Amerizium 241. Wir dachten, jemand wollte ihm die Radioisotope abkaufen. Aber ich habe mir neulich einen Film angesehen. Und dabei kam mir eine Idee. Was? Wenn er die Gemälde mit den Isotopen markiert hat, damit er sie leichter findet, wenn er wieder draußen ist. Welchen Film haben Sie gesehen? Halt, halt. Sagen Sie es mir nicht. Spoiler. Also dachte ich, wenn wir dem Isotop folgen, könnten wir die gestohlenen Gemälde finden. Mein Anzug enthält einen Sintillationszähler, mit dem es funktionieren sollte. Ich melde mich, wenn ich was finde. Danke, Spider-Man. Immerhin hat er mir nicht einen Spoiler. Ich kann nicht zufrieden in den Ruhestand gehen. Jo, Chef. Ah, das ist clever. Das ist clever. Der alte Mann kombiniert. Den mag ich. Übrigens danke, dass bei der letzten Spidey-Folge wieder so viel Support da war. Der Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid einfach Ruhe. Toll. Ich stehe bei euch. Äh, muss ich da ruhen? Oh. Hallo. Gestohlenes Kunstwerk? Detective, ich habe ein Gemälde gefunden. Es war in einem falschen Anschlusskasten versteckt. Ja, ich wusste es. Das ist dort. Ich schicke jemanden, der es abholt. In der Zwischenzeit schicke ich dir einige andere Adressen, die Hardy regelmäßig besuchte. Klingt gut. Moment. Sagten Sie Hardy? Ja. Flashback. Der Name der ersten Katze war Walter Hardy. Ich schaue in seine Akten und kann dir dann mehr erzählen. Finde Hardys gestohlenen Gemälde in der ganzen Stadt, der sie versteckt. Ach, du heiliger Bim-Bomb. Ist das eine Nebenmission oder einfach so zum Sammeln wieder? Langvermisse Beute. Walter Hardy, die erste Black Hat. Felicia Hardy, die Black Hat, die ich kenne. Scheint ein Familienunternehmen zu sein. Klingt logisch, ne? Scheinlich ihr Vater. Peter, der Polizeiscanner meldet gerade eine Schießerei zwischen Hudson und Northmore. Unterliegt das Gebiet nicht der Magia? Ja, was auch immer Black Hat gestohlen hat, hat womöglich gerade ein Bandenkrieg ausgelöst. Ich werde mir das jetzt genauer ansehen. Gibt es schon was Neues für den Museumsraubs? Das ist, was ich weiß. Niemand weiß, was auf diesem Stink im Maria-Gemälde war. Aber angeblich hat Hammerhead ihn jetzt und die Magia-Familien rasten aus. Muss wohl ziemlich wertvoll sein, wenn eine berüchtigte Kunstliebe dafür die Kunstwerke ignoriert. Warum arbeitet sie wohl für Hammerhead? Normal macht sie alles alleine. Wer weiß. Ich habe schon längst aufgegeben, Felicia zu durchschauen. Felicia, ja? Ihr nennt euch beim Vornamen. Also, ich meine, ich denke... Fett Nippchen! Wir halten uns auf dem Laufenden, okay? Oh, stopp' mit. Da ist ein neuer Rucksack. Nein! Du gehst da jetzt hoch. Aus! Ich will da... Du gehst da jetzt hoch. Du gehst da jetzt hoch. Oh, und dann ist der da unten, weißt du? Neuer Rucksack. Vom DLC. Elektriker-Handschuh. Ihr junge Leute! Stopp! Ich habe die Elektriker-Handschuhe in meinem ersten Kampf gegen Elektro benutzt. Daher habe ich die Idee, mein Kostüm zu isolieren. Und das hat mir nicht nur einmal den Hintern gerettet. Clever, clever, clever. So, jetzt kannst du nochmal reden. Freund Sahne. Oh Mann, ich wollte doch auch die News hören. Dann halt nicht. Und keine krassen News. Ah, da ist noch ein Rucksack. Wenn wir den schon finden, dann nehme ich den einfach mal mit. So, jetzt hier. Gönn dir. Mein ESU-Ausweis vom Semester als Dozent. Hatte keine Zeit weiterzumachen. Aber ich könnte mir das definitiv vorstellen. Hm. So, jetzt zur nächsten Hauptmission. Hauptmission. Do it. Hallo. So, Schießerei untersuchen. Mal sehen, was wieder auf uns zukommt. Diese blöde Black Cat. Kriegt von mir ein Dislike. Ein Big Dislike. Mal sehen, ob wir die anderen Kustel aufschauen. Wir sind nicht zimperlich. Ich muss das beenden, bevor jemand getötet wird. Da hast du verdammt nochmal rechts bei dir. Wir nehmen mal kurz das hier. So, jetzt alles so gut wie eingemetzt. So, ihm geben wir einer rein. Er kriegt einer rein. Du kriegst sowieso einer rein. Und du kriegst... Ach, dachtest du wohl, ne? Das war kein Problem für mich, Profi. Bam, Alter. Wow. Mit Elektrik zu 10. Nein. What the fuck? Der hat eine Minigun. Ich weigere mich, das Paket anzunehmen. Ach, du heiliger Kinder. So, weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch. Unter mit der Waffe. So funktioniert das. Habe ich alle erwischt? Bin ich nicht ein Profi? Oh! Ah! Ah! Okay, 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 okay. Ich gebe auf. Lässt du mich gehen, wenn ich dir alles erzähle? Nicht, wenn du es nicht tust. Ah! Die weißhaarige Tussi. Meinte, wir sollen hier unten etwas leer machen. Köder für Deppen. Und ich bin der Depp. Wo hast du sie getroffen? In der Bodega. Auf der Waverly. Ah! MJ, die Schießerei war eine Ablenkung. Black Cat wollte damit die Polizei weg von der Waverly Street locken. Eine der anderen Magia-Familien hat ein Versteck an der Waverly. Die Ciceros, glaube ich. Vielleicht erwische ich sie noch. Felicia lässt sich Zeit. Sie geht immer systematisch vor. Ist das so? Äh, ich melde mich wieder. Ich glaube, da wird Ehe-Krise hier, ja, Beziehungskrise im Anmarsch. Da ist die Bodega. Okay, Felicia, wo bist du? Vielleicht im Restaurant ein Kaffee essen. Ein Kaffee essen, ja. Heute ist mein Tag. Oh, das wird aber da ordentlich nach oben, wa? Go, go, Power Ranger. Ihre Überwachungsausrüstung. Oh nein, ich muss jetzt wieder Fotos sammeln. Was hast du dir angeschaut, Felicia? Was hast du dir angeschaut? Was könnte es sein? Vielleicht das Gewächshaus. Da hinten diese super leuchtenden... Das, nee. Äh, irgendwas vor mir vielleicht direkt? Ha, da leuchtet was. Da ist sie. Ist viel im Rahmen. Foto machen. Spider-Man. Oh, hallo, Spinne. Felicia, die Magia ist kein Scherz. Du solltest nicht so mit ihnen spielen. Aber ich spiele so gerne. Spider-Man. Er gehört zur Katze. Schnapp ihn. Lüge. Ich bin der Wahrheit oder Pflicht. Schön, wie da ein bisschen elektro. Ihr Typen zieht ja gerne schnelle Schlüsse. Nein. Ich schieße. Ich schieße jetzt nicht. Ich bin nur... Bleibt da drin. Willst du mich bitte in Ruhe lassen? Bye, bye. Die Arme sind der Shit, Alter. Diese Mega-Arme. Vor allem gegen die Dicken hier. Die kannst du dann locker wegprügeln. So. Sauber gelöst. Eigentlich Spaß gemacht. Relativ. Wo ist Felicia hin? Dann ist wieder abgehauen. Einfach eine Frechheit. Ich beobachte dich gerne. Erinnert mich an alte Zeiten. Was ist auf dem Stick? Ehrlich gesagt, ich bin nicht sicher. Warum stiehlst du ihn dann? Wenn ich's nicht mache, töten sie meinen Sohn. Warte. Dein Sohn? Verdammt. Felicia hat einen Sohn? Kann nicht sein. Also könnte schon sein. Und ich könnte... Oh nein. Darüber denke ich lieber gar nicht erst nach. MJ, ich habe die Katze gefunden. Aber sie ist entwischt. Wirklich? Wie systematisch von ihr. Sie hat noch einen Speicherstick geklaut. Hm. Jede Familie hat also einen Stick. Was wohl drauf ist? Hast du noch was rausgefunden? Ähm. Naja. Nicht viel. Okay. Klingt als würde sie Hammerheld im Machtkampf gegen die anderen Familien helfen. Das könnte für uns alle böse enden. Die Stadt braucht definitiv keinen Bandenkrieg. Ich lass es dich wissen, wenn ich etwas über die Sticks erfahre. Das hat links einfach eine Person aufgeploppt. Ähm. Ja, ne? Oh nein. Oh nein. Ich bin's, dein größter Fan. Moment mal. Die verrückte Streamerin. Sag mir nicht, du bist wieder raus. Aber sowas von. Und ich habe einige meiner Fans mitgebracht. Sind sie nicht unfassbar süß? Sie helfen mir bei meiner neuen Show. Und du musst unbedingt vorbeischauen. Bis dahin. Diese Typen hat man wohl nicht wegen guter Führung entlassen. Ich hasse sie. Ich sollte mir das da drüben genauer ansehen. Ich hasse sie. Das ist, da ist was verdreht. Ja. Äh, ja. Das ist wieder die verrückte Streamerin. Die kennen wir aus dem, äh, Let's Play. Ja, also Spider-Man hat also, äh, anscheinend eine Affäre gehabt. Anscheinend hatte Peter Parker auf jeden Fall mit ihr eine Affäre. Und vielleicht hat er einen Sohn. Weil die hatten Liebe gemacht und so. Also, Sex. Also, ich habe sie mir als einmal für tot erklärt. Aber ähnlich wie Kakerlaken taucht sie immer wieder auf. So wie jetzt. Die Leute finden Ausflüchte für sie. Sie sei gar nicht so schlimm. Halte sich an Regeln. Anders als die Dämonen oder Kartelle. Ha! Und das stimmt. Bis sie sich bekriegt. Dann fliegen Kugeln, explodieren Autos, verlieren Pferde ihre Köpfe. Und mein Jonasin sagt mir, dass ein Bandenkrieg bevorsteht. Also, haltet eure Cannoli fest, Leute. Komm schon, Ferry. Das ist nicht rassistisch. Ich mag Cannoli. Wäre aber interessant, ne? Hätte Peter Parker ein Kind. Nicht mit MJ, sondern mit Blackhead. So, äh, ja. Der hat einfach mal nix erzählt. Kein Bock mehr zu reden. Er weiß schon, du weißt eh, was zu tun ist. Gehen wir nicht drüber. Mach. Da ist es. Lieber vorsichtig sein. Lup. Ah, wow. Die Auslöser sind in Serie geschaltet. Äh, was brauche ich denn? Ich bin echt verwirrt. Also, ernsthaft jetzt. Geil. Das ist gesperrt und minus ein. Ähm. Ah, den kann ich aber wegmachen. Ah, ah. Stopp. So, du kommst dahin. Da haben wir schon mal plus eins. Ne, Moment. Moment. Ich dachte doch falsch. Ah, jetzt hab ich's. Ach, Mann. Was ist los mit mir? Ich hab keine Ahnung. So. Plus zwei. Ne. Bin ich jetzt blöde? So rum muss ich. Mann, bin ich blöd. Der Timer auf den Nebenbomben ist aktiviert. Beeilung. Go, 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 go. Du darfst ruhig, äh, zur Bombe. Tschirr, die Bell. Au. So, jetzt hier. Tada. Das ist kein Problem. Aber ich kann hier noch ein Gemälde wieder erfinden. Für den armen alten Mann, der in Rente gehen will. Zehn Meter. Oh, oh. Nein. Du bleibst da jetzt oben. Noch ein Gemälde. Zwei von zehn. Ich hab noch ein gestohlenes Gemälde gefunden. Gute Arbeit. Wir können eine Menge Akten schließen, wenn wir damit durch sind. Wie ist Hadi überhaupt gestorben? Hat versucht, aus Rikers auszubrechen. Ist beim Schwimmen ertrunken. Aber jetzt können wir seine Beute zurückgeben. Und vielleicht erwischst du auch so die neue Black Cat. Stimmt. Was ich natürlich will. Ich muss los. Bis dann. Als ob jemand einfach dann beim Schwimmen ertrinkt. Ist das nachgewiesen? Oder erzählt ihr das? Keine Ahnung. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Dann geht es weiter hier mit der verrückten Streamerin. Die wieder irgendwas Verrücktes macht. Mal sehen, was uns erwarten wird. Ich ahne nichts Gutes. Ich ahne nichts Gutes. Und denkt an ein Like und ein Kommentar. Wow. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020